Die einen sagen, da kann man nichts machen und andere sagen, nein, ich will es aber trotzdem probieren. Also warum stehst du in der Früh auf, wie schön das ist, wenn man seine Talente einsetzt, für sich und für andere. Wenn ich mich engagiere, dann bekomme ich viel, viel mehr zurück, als was ich geben kann. Es gibt Menschen, die wollen einfach ihren Beitrag leisten, dass diese Welt sich gut entwickelt und nicht schlechter. Genau, das habe ich mit 50 gemacht, das aber andere schon irgendwie auf dem Landeanflug Richtung Pension. Du bist mutig heißt auf Deutsch, du bist verrückt. Wir haben ja dieses Motto, dem Heiligen Geist Landeplätze bereiten. Nicht, dass ich das Priestertum abschaffen will, aber es gehört wirklich innoviert. Also nur neu reicht nicht, es muss auch besser sein. Wenn da Menschen gleich rausgehen, wie sie reingekommen sind, dann läuft etwas fundamental falsch. Mein Anliegen ist es, dass das aber Auswirkungen hat auf das Leben mitten hier in dieser Welt. Wenn ihr euch als Dienstleister seht und die, die kommen als Kunden, dann seid ihr in der Falle. Die Auseinandersetzung mit dem Fremden zu mehr Inspiration führt als nur mit dem Gleichen. Das wäre nicht normal. Mood Talks. Powered by die Mutmacherwei.